Was bin ich dann? Alles streng geheim, total streng geheim. Sie nehmen Ihre Medikamente doch regelmäßig, oder? Dieses Spiel hört niemals auf. Du musst nur der Beste sein. Und das bin ich normalerweise auch. Warum sind Sie zur Polizei gegangen, Bruce? Polizeiwillkür, okay? Und der wollten Sie den Kampf ansagen, ja? Nein, ich wollte mitmischen. Lass die Sau raus, Süße! Verdammte Scheiße, irgendwas stimmt nicht mit mir. Sind Sie bei einem Arzt gewesen? Ja! 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 Vielen Dank.